Hallo und herzlich willkommen zur E-Com-Revolution. In dieser Folge lernst du die wichtigste Zahl in deinem Online-Shop kennen. Viel Spaß! Ja, willkommen! Es ist lustig, ich habe zwei Feedbacks bekommen zu dem Podcast, die ich mache. Die fand ich sehr lustig. Das erste ist, dass ich nie meinen Namen sage am Anfang. Aber es stimmt. Also, hallo, ich bin Florian Kaiser. Das zweite ist, dass ich zu schnell spreche, was auch stimmt. Also, ich bin tatsächlich jemand, der extrem schnell spricht. Es war sogar mal so, dass ich zur Sprachtherapie musste, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte und mehrere Monate nicht sprechen kann. War echt übel. Und dort hat diese Frau in der Sprachtherapie auch sofort gemerkt, dass ich viel zu schnell spreche. Und dann hat die mit mir irgendwann die Übung gemacht, dass man also einmal tief Luft holt und dann alle Monate runter sagt. Also Januar, Februar, März, April und so weiter und so fort. Und wie viele Runden man dort schafft, bis einem die Luft ausgeht. Und das waren bei mir irgendwie viereinhalb oder sowas. Also, ich habe da eine Minute gequasselt, ohne dass mir die Luft ausgegangen ist. Und das liegt einfach daran, dass ich gewöhnt bin, extrem schnell zu reden und einfach nie zwischendrin Luft zu holen. Also, wap, 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 wap und dann tief Luft einsaugen. Und das ist eine Sache, wo ich hier im Podcast definitiv dran arbeiten werde, ein bisschen ruhiger zu sprechen, damit du mich dann auch gut verstehen kannst. Ich persönlich höre übrigens alle Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Das trägt sicherlich auch dazu bei, dass ich zu schnell spreche. Jetzt lassen wir aber gleich direkt starten. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was die wichtigste Zahl im E-Commerce ist. Und natürlich ist das ein bisschen reißerisch. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit Online-Shops spreche, dass diese Zahl nicht sofort parat ist, weil ganz, 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 ganz viele Entscheidungen müssen anhand von dieser Zahl getroffen werden. Und diese Zahl ist der Kundenwert oder auch CLV oder auch Customer Lifetime Value genannt. Vielleicht ist das jetzt gar keine große Überraschung für dich. Vielleicht sagst du, hey, die Zahl, natürlich ist die wichtig. Was ich erschreckend finde, ist, dass trotzdem so viele Shops, mit denen ich spreche, diese Zahl überhaupt nicht parat haben und auch überhaupt gar nicht wissen, in welche Richtung die sich entwickelt. Also ich hatte schon Shops, die haben mir gesagt, alles super, die Leute kaufen fünfmal bei uns ein. Und dann habe ich eine Analyse gemacht. Wir machen das gerne, dass wir am Anfang einmal in die Tiefe in den Shop reinschauen und alles mal analysieren, um auch zu gucken, was sind denn Inhalte, die diese Zielgruppe zum Beispiel interessiert? Was kann man denn verbessern? Wo ist auch das meiste Potenzial bei dem Shop? Und dann sehe ich, dass der Customer Lifetime Value seit dem Monat hin nach unten geht. Also der Shop rudert da auf eine Katastrophe zu, weil er ja auch die Kunden zu einem gewissen Preis einkauft und merkt es nicht einmal. Und auf der anderen Seite hatte ich dann schon Kunden, die haben sich beschwert, oh mein Gott, wir zahlen 50, 60 Euro pro Neukunden auf Facebook. Das ist eine Katastrophe. Wir verdienen ja gar nichts mehr da dran. Und dann mache ich eine Analyse und sehe, dass die pro Kunde aber auch 120 Euro verdienen. Und eigentlich sieht das total toll aus, weil mal zwei mit Facebook-Marketing im E-Commerce, das ist tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme. Das sind gar keine schlechten Zahlen. Also es erschreckt mich da immer wieder, wie wenig Übersicht da ist. Deshalb lasst uns mal kurz über diese Zahl sprechen. Also was ist der Kundenwert? Der Kundenwert ist die Menge des Umsatzes, die der Kunde im Laufe seiner Lebenszeit in deinem Shop macht. Das heißt, erste Bestellung, zweite Bestellung, dritte Bestellung und so weiter. Der Umsatz gesamt genommen. Jetzt kann man das natürlich, das ist der Umsatz, das ist natürlich nicht der Gewinn. Je nachdem von deiner Marge, von deiner Netto-Marge und Brutto-Marge und nachher wirklich Rohgewinn, gehen da vielleicht nochmal so 20 bis 40 Prozent ab. Das hängt ein bisschen von einem Online-Shop ab. Aber das kann man so über den Daumen nehmen und dann weiß ich, was verdiene ich eigentlich an einem Kunden. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, welche Maßnahmen sind dann eigentlich effektiv oder nicht. Weil die Sache ist die, es gibt ja das PPC-Marketing, wo ich wirklich sagen kann, okay, der Neukunde kostet mich zum Beispiel 20 Euro. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Maßnahmen, wie Influencer-Marketing und SEO und viele, viele andere Dinge. Und auch da kann ich im Prinzip immer eine Nummer dranhängen. Ich kann sagen, okay, meine SEO-Optimierung hat mich 10.000 Euro gekostet. Sie bringt mir aktuell jetzt für das nächste Jahr so und so viele Kunden pro Monat. Wie viel ist denn das? Oder ich zahle für diese Influencer-Kampagne so viel, wenn es nicht auf Kommissionsbasis ist. Das heißt, ich kann dadurch im Prinzip alles ableiten und kann auch die Effektivität verschiedener Maßnahmen sehen. Und ich sehe vor allen Dingen, bin ich denn aktuell profitabel mit meinem Shop oder halt nicht. Und ganz wichtig ist da halt auch der Trend, geht denn dieser Customer Lifetime Value, geht der Kundenwert nach oben oder geht er nach unten oder ist er gleichbleibend? Weil wenn er zum Beispiel nach unten geht, ist das natürlich ein wichtiges Alarmzeichen. Während wenn er nach oben geht, ich sehe, dass ich alles richtig mache. So, darum ist diese Zahl so wichtig. Wie steigern wir sie denn jetzt? Das ist ja auch noch so ein bisschen die Kernfrage. Ich habe jetzt vielleicht identifiziert, okay, mein Kundenwert ist einfach zu niedrig oder er geht nach unten. Was kann ich denn da tun, um gegenzusteuern? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich habe zwei Hebel an dieser Stelle. Ich kann den Kunden mehr kaufen lassen oder ich kann ihn öfter kaufen lassen. Und in den allermeisten Fällen sollte ich beides tun. Es sei denn, er kauft zum Beispiel schon fünfmal, bei mir aber halt nur für einen winzigen Betrag. Oder er kauft sehr viel, aber nur einmal. Dann sollte ich natürlich ein bisschen extremer in die eine oder andere Richtung gehen. Was kann ich jetzt tun, um das zum Beispiel, den Warenkorb zu erhöhen, dass er mehr kauft? Also ich kann zum Beispiel Gratisversand ab einer gewissen Stufe angeben. Also zum Beispiel ab 59 Euro sage ich, bekommst du Gratisversand. Das Ganze sollte man dann unbedingt auch im Warenkorb darstellen mit so einer Leiste. Also zu sagen, okay, leg doch noch was in einen Warenkorb, dann bekommst du Gratisversand. Das funktioniert hervorragend. Ich kann ihm natürlich noch Produktvorschläge an entsprechenden Stellen machen. Ich kann ihm Mengenrabatt geben, also dass er zum Beispiel, wenn er jetzt drei kauft, dann bekommt er nochmal zehn Prozent Rabatt. Das sind alles Maßnahmen, womit ich den Warenkorb dann erhöhe. Und wenn ich den Warenkorb erhöhe, erhöhe ich logischerweise auch den Kundenwert. Was kann ich jetzt machen, um die Leute öfter kaufen zu lassen? Das hängt ein bisschen von einem Geschäftsmodell ab, aber eine ganz wichtige Sache ist natürlich, erst mal ein Produkt zu haben, was man auch mehrfach kaufen kann. Also entweder, weil es ein Gut ist, was zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, was ich aufbrauche und ich dann neu kaufe, da bieten sich dann natürlich auch Abos ab. Das ist natürlich extrem attraktiv, weil die Haltedauer bei so einem Abo ist so fünf, sechs Monate im Schnitt. Das heißt, damit habe ich schon mal den Kundenwert richtig erhöht. Aber zum Beispiel, ich sehe hier gerade meine Air-Up-Flasche, Air-Up, das ist so, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine Wasserflasche, die erzeugt Geschmack, indem sie einen Geruch in das Wasser, also es ist wirklich reiner Geruch, der wird, man zieht ein bisschen Luft beim Trinken mit ein. Diese Luft da drin wird über so einen Geruchs, ja, Pott nennen die das, glaube ich, wird dort zum Beispiel Kirsch- oder Orangengeruch in die Luft indiziert. Und wenn ich das Ganze dann trinke, dann schmeckt das wie Orangensaft oder Kirschsaft oder Cola. Natürlich nicht ganz so intensiv, aber es funktioniert. Und hier ist natürlich das Geniale, die Flasche an sich, die verkaufen sie praktisch, also das Druckertinten-Modell praktisch für null. Ich denke nicht, dass sie da wirklich viel Gewinn mitmachen. Aber langfristig kaufen die Leute natürlich diese Potts, die auch relativ teuer sind, einfach immer und immer und immer wieder. Und darüber steigern die den Kundenwert. Also das ist eine andere. Entweder habe ich ein Verbrauchsgut an sich oder ich kann dem Kunden zum Beispiel, ich habe ein fixes Produkt, habe dann aber Verbrauchsmaterialien. Das Nächste ist natürlich auch, dass wenn keins von beiden zutrifft, dann kann ich natürlich abzellen und cross-zellen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Yoga-Shop habe und jemand kauft eine Yogamatte, dann gibt es vielleicht noch andere. Dann gibt es vielleicht noch eine Yoga-Hose oder ich bin nicht so in diesem Yoga-Thema drin, aber da gibt es garantiert noch sehr, sehr viele andere Produkte, die ich den Kunden dann noch an der Stelle verkaufen kann. Wichtig ist Folgendes, es ist eine ganz magische Grenze vom Einmalkunde zum Mehrfachkunde. Das heißt, jemand, der das zweite Mal gekauft hat, der kauft auch gerne ein drittes Mal. Jemand, der nur einmal gekauft hat, kauft aber nicht unbedingt ein zweites Mal. Das heißt, diese Stelle ist ganz, ganz kritisch in den meisten Shops, dass ich die Leute vom Einfachkäufer zum Mehrfachkäufer mache. Und hier bietet sich auch zum Beispiel an, den Leuten immer bei ersten Bestellungen direkt einen Gutschein für die zweite Bestellung zu geben. Weil wenn sie erstmal zum Mehrfachkäufer gegangen sind, dann geht der Weg zum Dritt-Vierfachkäufer ganz, ganz schnell und damit erhöhe ich natürlich auch immer meinen Kundenwert. So, ich hoffe, ich habe nicht schon wieder zu schnell gesprochen, aber um das nochmal zusammenzufassen, der Kundenwert ist wichtig, weil du im Prinzip alle Marketingmaßnahmen daran ableiten kannst, ob sie effektiv sind oder nicht. Du weißt, was du pro Neukunde bezahlen kannst. Deshalb solltest du diese Zahl immer parat haben. Du kannst an der Zahl auch ablesen, geht es eher bergauf oder eher bergunter? Mache ich alles richtig oder muss ich irgendwas ändern? Und wenn du den Kundenwert erhöhen möchtest, was du immer tun solltest, dann kannst du entweder den Warenkorb erhöhen, indem du zum Beispiel Mengenrabatt gibst oder Gratisversand ab einer gewissen Stufe oder du kannst dem Einfachkunden zum Mehrfachkunden machen, indem du Upgrades, Cross-Sells oder dem Verbrauchsmaterialien anbietest und so weiter und so fort. Und so erhöhst du dann den Kundenwert und kannst am Anfang dann auch mehr für den Kunden bezahlen, was dem mehr Möglichkeiten im Marketing gibt und deshalb ist diese Zahl so wichtig. Und das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir das geholfen hat, gib mir bitte unbedingt Feedback. Ich finde das mega spannend, jetzt gerade am Anfang von diesem Podcast ein bisschen Feedback zu bekommen, gerade wenn ich dir zum Beispiel zu schnell spreche. Dann schreib das sehr gerne in die iTunes-Bewertung. Ich freue mich da über jedes Feedback von dir und wenn dir das gefallen hat, dann sei doch so lieb und lass eine Fünf-Sterne-Rezession da und schreib mir einen kleinen Text, was du gehalten hast. Auch natürlich gerne, welche Gäste oder welche Themen du hier gerne noch behandelt hättest. Und damit wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der E-Commerce-Bewertung.